Schade, 60 getroffen. Mach ihn fertig. Ja, ich lege neben dir, Schatz. Ja, habe ich ja auch einen... Wo sind wir hier? Ja, das ist Norwegen. Ja, wir stürmen. Ja, wir stürmen. Ja. Bist du vor mir? Ich bin der Chef. Nee. Doch, ja, du bist vor mir. Dein weiser Name auf dem weisen Untergrund war irgendwie schwer zu erkennen. Warte. Warte. Au, nee. Hier ist gerade was los. Es ist... Plötzlich stehen fünf Leute um mich rum. Kommt die her. Kann das sein, dass die bei uns... Wir haben noch neue Spiele gemacht. Was, ein neues Spiel? Ja. Wir haben ein neues Spiel angefangen. Wie kann das sein, dass die alle das Ding haben? Wie so Cheater-Truppen. Verstehst du, was ich meine? Nee. Wie können die alle schon alles belegt haben, wenn wir gerade zehn Sekunden im Spiel sind? Die sind doch hier. Die sind doch hier. Wir müssen uns doch angreifen, erobern, oder? Ach ja. Entschuldigung. Wo bist du, du kleine Kanalratte? Ich spawne bei Matthäus. Ich spawne bei Matthäus. Boah. Oh, B wird eingenommen von uns. Das ist sehr gut. Ah, ich mag die Brücke eigentlich auch lieber als hier jetzt. Echt? Ja. Das ist auch der Baum, der lebt noch. Wir haben nicht erschossen. Die Brände sind zu schnell davon. Dann brennen wir ein bisschen langsamer. Nein, ich muss hier stürmen. Unter Einsatz meines Lebens. Ich gebe hier 110 Prozent. Reise. Da haben wir die Rechte. Entschuldigung. Ey, da in der Hütte. In der Hütte steckt er. Nein, die sind da in den Bäumen, ne? Und in den Häusern. Überall urinieren sie aus den Fenstern. Ja, nicht so schnell davor. Die liegen mit den Bäumen. Ich kämpfe da schon halb. Du, du redest wieder neu. Da vorne die Isarone. Guck. Da. Hast du das gesehen? Der Vorteil ist aber, weil ich einen 240 Hertz Monitor habe. Achso. Da sehe ich viel schneller. Wie? Wie sieht er mich denn? Der leckt mich doch. Geh zum Tillich vor. Wo wir jetzt sind. Da sind viele hochgelaufen. Die können wir jetzt alle killen. Ja, hoffentlich. Die kommen gleich. Wir haben ja jetzt gleich. Ohne blinde. Ja. Ich habe gerade offenlich gesiebt. Ohnein. Das ist nicht schön, wenn du reingehst. Du wirst doch unerschossen. Irgendwie so. So, jetzt habe ich den Scheiß mit seinem Karabiner weggemacht. Ich habe es gesehen. Das ist aggressiv. Das ist schwer. Es ist überwachtet mich gerade. Hoch hier. Wer war das? Wie? Achso. Achso. Eine Personenmine. Achso. Okay. Das erklärt es. Eine konnte ich verkraften. Die zweite. Ach, es quitscht. Der Schwei. Ach, es quitscht. Warum? Die wissen es nicht. Da hat ich ein paar Treffer gekriegt. Aaaaaaah. Ich hab' das nicht gesehen. Wo sind die ganzen Rand. Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, es sind. Ich zäume das Pferd wieder von hinten auf. Ja, ich glaube auch ganz unten da rum. Hinten rum. Klauer, die saßen hier oben rechts. Da unten schießen sie auch. Ja, aber wie konnte er mich treffen? Das gibt's doch gar nicht. Doch, das ist manchmal so. Aua! Mich auch! Oh! Kommt jetzt. Hier gäbe ich, du kleine Kanalratte. Oh nein, zurück ins Kampfgebiet. Gab's ja nicht mal ne Treppe nochmal hoch irgendwo. Das magst du wirklich sagen. Hab die Map gar nicht. Hab ich gar nicht weg hier. In der Höhle eingegangen, hab Angst. Weil ich überall Schritte höre. So, ich hab den Sniper probably weggemacht. Au! Da sieht die ja mit allem was sie haben, ne? Da kennen die nichts. Hä? Ich muss mal langsam hier die Treppe hoch. Hey, grüß dich! Ich... Oh, hinter mir. Ei, 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 ei. Legen die mich um. Ah, ich hab's noch geschafft. Ein Prozent hab ich... Und nein! Haben sie dich zerrissen? Aaaaaah. Wie ist das auf? Ach, nein! Von da drüben. Oha. Na wartet. Der wurde schon getötet wegen... Ich komm nicht ehrlich vor. Also hier komm ich gar nicht zurecht. Mann, ich komm nicht mal zurück. Hi, die sitzen alle da drüben, die Hunde. Oh, da kommt einer. Er ist durchgerannt bei uns alle. Oh, du bist angeschossen. Ich komm nicht mehr weg. Hier, noch mehr Erste Hilfe. Jetzt geh ich mal hier hinten lang. Ich hab... Ich bring die Granaten. Ich kann nicht mehr schießen. Meine Freunde, die helfen mir hier auch nicht. Dann bring ich mich halt um. Jetzt legst du aber los mit deiner Sanitärwappe, oder? Ja. Hä? Machen wir eben was fürs Essen. Alter, die wollen mich ja fertig machen. Ich kann ja nichts sagen, aber hinter dir sind welche. Links. Jetzt. Aus da. Ey! Au! Jetzt darfst du mich... Pass auf, unten. Na los! Die Pistole. Ja. Oh, das war knapp. Dann kriegen wir noch zusammen. Alles klar weg. Hast du den erledigt? Nö. Ey, ich weiß gar nicht, woher die alle kommen, oder? Du bist da schon wieder, oder? Ich bin... Schon wieder Richtung B unterwegs, irgendwie. Sie attackieren das Ziel! Bring sie zurück! Da geht er. Wo ist sie denn? Jetzt bin ich verletzt! Na, hinter mir! Natürlich hinter mir! Na, wer ist euch denn da weggeholt? Äh, second! Warte schon mal. Wo ist der Kribbel da? Wo ist der Kribbel? Wo ist der Kribbel? Was ist der Trombose? Komm, dann! Da läuft doch einer! Den will ich! Wenigstens einer! Gib mir wenigstens einen! Du hast ihn schon... Du hast mich da noch abgenommen! Nein, der lebt noch! Am Baum! Und jetzt ist meine Munition, ey! Panzerfaust! Nein, jetzt hast du ihn! Das ist nicht zu glauben! So, das war Kumpel! Hey! Hast du gehört? Was hast du? Was hast du? Du eh! Eben! Der hinter dem Baum! Ja! Ich habe das genau beobachtet! Der ist alles um den Baum klauen! Du hast ihn gemerkt! Ja! Ja! Der wollte weg! Ringen, Ringen, Räusch! Oh, schade! Du bist der Kribbel, wo auf dich geschürzt hat? Da unten leise! Ich glaube, die haben den ja schon über den Haufen ge... Jajajaja! Ich muss dir das schützen! Nein, 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 nein! Schade! Ich spawne bei dir! Ich hab ihn aber echt geblöten! Warte! Lebst du noch? Ich bin bei dir! Jetzt bin bei dir! Ja! Ja! Ne Medizin! Schade! 60 getroffen! Mach ihn fertig! Ja! Ich schläge neben dir, Schatz! Achso! Jetzt legen wir mal wo! Schmeißen wir jetzt eine Bombe rein! Auf B! Hau rein! Irgendwo! Ja! In B haue ich jetzt rein! Also B! Also B! Ich muss euch... Ey, wir müssen mal hier irgendwie ein bisschen zu Potten kommen! Ich mach jetzt... Soll ich auf A oder auf B? Mach auf B! Alter, wie sieht er mich durch den Quallen? Das gibt's doch gar nicht! Die ganze Hütte qualmt! Aber er snipet mich weg! Ich gehe hier unten an der Brücke lang! Warum kann ich die nicht abholen? Warum nicht? Keine Ahnung! 17.500! Ich hab 21.000! Hm! Ich spiel ich nicht! Hab ich die schon mal abgesetzt oder was? Du weißt es nicht mehr! Oh nein! Ach der war irgendwas! Tanker! Also! Komm! Wir gehen mal hinten rum! Wir holen ihn uns von der anderen Seite! Aber von A schießen die auch auf uns! Oh! Verloren! Wären ihre Lagen! Richtig! Richtig auf die Fresse gekriegt! 5 zu 14! Das war noch nicht da! 19,19! Oh! Meine beste Runde bisher! Ich hab heute! Ich hab heute!